In Liebhoch im Bezirk Graz Umgebung ist Samstagabend ein Wohnhaus in Vollbrand geraten. Ausgebrochen war der Brand kurz nach 20 Uhr. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte das Feuer im hinteren Bereich des Hauses und verständigte die Einsatzkräfte sowie die beiden Bewohner. Diese hatten den Brand zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt, konnten aber noch rechtzeitig und unbeschadet das Haus verlassen. Die genaue Brandursache war vorerst nicht klar. Nun haben die Brandermittler herausgefunden, dass es sich um Brandstiftung handelt. Festgenommen wurde die Ex-Freundin des Bewohners. Er hatte sich erst zwei Wochen davor per Messenger-Nachricht von der Frau getrennt. Die 55-Jährige streitet das Verbrechen vehement ab. Sie sagte nur aus, am Abend des Brandes mit einem Taxi zum Haus ihres Ex-Partners gefahren zu sein, um nach einem kurzen Gespräch wieder nach Hause zu fahren. Wie die Ermittlungen ergaben, gab es an diesem Tag jedoch weder ein Gespräch noch einen Kontakt zwischen dem 50-Jährigen und der Tatverdächtigen. Die 55-Jährige wollte dann mit dem Bus zurück nach Graz fahren. Wegen der Straßensperre saß sie aber drei Stunden lang an der Haltestelle fest. Dabei sah sie zu, wie das Haus ihres Ex-Partners niederbrannte, heißt es von der Polizei. dogs und es von der Polizei. compliments, und es von der Polizei gefahren, die條 und militär hatte diese Arbeit auch ab. Tsch-A plantierte Du st .